Der Ranger wartet wieder auf den nächsten Auftrag. Der müsste eigentlich jetzt anstehen, nachdem wir ja den guten John befreit haben. Unseren Piloten aus dem ersten Teil Broken Wings. So, jetzt schauen wir mal, wo müssen wir denn hin? Schicke Musik läuft hier. Gut, Schloss Akku... was? Akuter Bedrohungsalarm? Oh, 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 oh. So, wir schauen mal, wir schauen mal auf die Map-Fahndung. So, und John Jersey ist gerettet. Und ich würde jetzt gegen den Uhrzeigersinn arbeiten wollen. Eva Garcia, glaube ich, soll man als nächstes dann retten. Oder gibt es hier irgendwas zu tun? Lasst uns mal kurz schauen auf die Map. Nein, hier ist nichts angezeigt, keine Nebenmission. Dann werden wir hier Eva Garcia. Und sie ist in Federal Triangle. Okay. Federal Triangle. War das nicht irgendwo hier? Hm. Foggy Bottom, West, Downtown. Ne, 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 das... Okay. Äh... Hier. So, da müssen wir also irgendwo hin. Was haben wir denn da? Einen Kontrollpunkt? Gehört ja hier dazu. Fahndungsziel. Ja, dann würde ich doch sagen, dann gehen wir das einfach mal an. Diesen Kontrollpunkt, Fahndungsziel. Let's go. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Okay. So, auf der anderen Seite ist es aber eine ganz schöne Strecke. Ich glaube, da werden wir dann doch eher eine Schnellreise machen. Ups. Ups. Okay, wir schauen nochmal. Schnellreise, Schnellreise. Wo können wir denn hin? Haupteinsatz. Da könnten wir hin. Eine Schnellreise machen. Dann wären wir auf jeden Fall näher dran. So, hoffentlich stechen wir da nicht in ein Wespennest. So, da müssen wir lang. Zum Treibstoffdepot. Ich sehe gerade, dass wir... Doch, wir sind, glaube ich, voll aufmunitioniert. Sehr schön. Ja, jetzt überlege ich gerade, macht es Sinn, dass wir da durchgehen? Naja, warum nicht? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Uns ist eh langweilig. So, oh, hä? Molly Southway Nielsen. Ich habe so den Eindruck, da sind wir ein bisschen früh dran. Kann das sein? Kann das sein, dass das ein Kopfgeld ist, da wo wir zu früh dran sind? Na, wir werden es ja sehen. Wir werden es gleich sehen. So, ein bisschen aufpassen. Ist da hinter uns was? Nein. Oh, da habe ich was verpasst. Da habe ich eine Drohne verpasst. So, komm, schnappst du dir. Molly. Molly Nielsen. So, ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Sollen wir wirklich da reingehen? Und da ist auch eine. So, das heben wir auf. Ist da irgendwo was? Links? Nein. Ist nur noch Molly da. Und Molly nehmen wir jetzt aus dem Spiel. Okay. Bekannter Gegner. Neutralisiert. Okay, alles klar. Ach, ich wollte ja hier noch ein bisschen den Rucksack aufräumen. Aber das können wir das nächste Mal tun. So, sehr schön. Sehr schön. Also, dann gehen wir da weiter. Dann gehen wir da mal weiter Richtung Ellipse Treibstoffdepot. Oh, okay. So, jetzt sind die hinten am LKW. Aber ich glaube, das hat sich erledigt. Na, da hinten springt noch einer rum. Äh, yep. Äh, Tor. Yep. So. Ne, uninteressant. So, da herrscht wieder Action hier vorne. Da ist wieder Stress pur. Äh, ist da gerade einer hingesprungen? Ne. Okay. Oh, da müssen wir anscheinend wieder einer Patrouille helfen. Okay. Ist da noch was? Ist da noch was? Ist da auch was? Ne, keiner mehr da. Ja, das ist eine gute Frage. Aber auch die weiß ich nicht zu beantworten. Das Material können wir mitnehmen. Und jetzt müssen wir hier durch die Türe. Und dann, äh, haben wir noch 150, 138. Die Patrouille wäre natürlich jetzt nicht verkehrt, wenn sie uns ein bisschen helfen würde. Haben wir da oben ein bisschen Aussicht? Nein. Okay. Ah, nochmal. Huch, wer schießt da? Oha. Alles klar. Ich weiß jetzt, was da ist. Dummdi dummdi dumm. Das Ganze nehmen wir auf. Und dann werden wir uns langsam vorarbeiten. Holen unsere Verstärkung. Oh ja. Okay. Schnapp ihn dir. Das wäre wichtig. Oh, da sind noch mehr. Irgendwo springen da noch. Au, da kommt einer runter. Okay, da kommt einer runter. Geschützt da oben hin. Dann wird er Spaß haben. So, die Verstärkung scheint schon eingetroffen zu sein. So sehe ich das auch. Komm, burn, baby, burn. So, wo es denn da ist? Sehr gut, sehr gut. So, die laufen da rum. Oh ja. Ups, der schießt, der schießt, der schießt, der schießt. Komm, mach platt. Okay, jetzt. Oh ja, oh ja. Da, da, da. So, dann schauen wir mal, dass wir hier hochkommen. Dann haben wir ja eine bessere Position. Okay, unser Geschütz müssen wir wohl einpacken. Cooldown. So, was haben wir denn noch an Munition? Was haben wir noch an Munition? Kommt da irgendwas? Oh ja, der Schwergepanzerte natürlich. Dann nehmen wir auch unser Mgchen. Unser Mgchen. Das war's. Schwer gepanzert. Oh, hinter uns tut sich was. Hinter uns tut sich was. Sehr gut. Sehr gut. So, da kommt noch mal einer. So, von links. Von links. Ja, das war mir klar. Das war mir klar. Wir müssen da rum. Da hoch. Und wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da ist einer. Oh, hinter uns, oder? Oh ja. Schubidu. Schubidubidu. Müssen wir mal schauen, dass wir das ein bisschen koordiniert sortieren. Weil da sind noch welche. Und hinter uns kommen auch welche. Nee, der gehört zu uns. Der gehört zu uns. Aber der hier nicht. So, bingo, bingo, bingo. Ja, zeig dich. Oh ja, der hat's. Der, 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 der. Der. Ich werde dich auf deinem Weg begleiten, mein Freund. So, hinter mir. Kommt da was hoch? Da drüben. Schwerfeuer. Oh ja. Oh, 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 oh. Oh ja. Dann mal ein bisschen hier. Und in Deckung. Jetzt habe ich da wieder einen auf der Rotze. Aber dann machen wir hier einfach ein Geschütz hin. Und dann machen wir hier einfach ein bisschen. So. Jetzt muss ich irgendwie. Ah, die kommen echt von allen Seiten, ne? Da ist auch wieder einer. So, was haben wir denn hier? Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Da ist noch was. So, da würde ich doch jetzt sagen, für euch habe ich ein bisschen was Spezielles. So, da springt irgendwo noch einer rum. Irgendwo ist da noch einer da. So, Dille, wo ist denn noch einer? Wo ist denn noch einer? Hier links. Danke. Noch einer. Registrierer zusätzliche Feindkontakte. Boah. Das war so klar. Das war so klar. Wir brauchen Moon. Wir brauchen Moon. Wir brauchen Moon. Rückschreit. Okay. Welch garstig Worte er da in den Munde nimmt. So, da unten springt noch irgendwo einer rum. Kann ich nicht? Kann ich doch. Kann ich wohl. So, was haben wir hier? Okay. Vorratsraum betreten. Gut. So, das haben wir alles mitgenommen. Da muss noch mehr sein. Hier ist noch ein bisschen was. So, Treibstoffdepot. Da sind wir aber, glaube ich, noch nicht ganz durch. Oh, ja. So. Da ist noch einer. Damit dürfte das Ganze jetzt hoffentlich erledigt sein. So, wo ist er denn? Oh, jetzt springt er da runter. So. Bleib hier. Ach, jetzt kommt da noch einer. Ja, komm hoch. Okay. Okay. So, jetzt aber. Was, was? Alle in Ordnung? Hey, wir sind tougher, als wir aussehen. Ja. Okay. Okay, okay, okay. So, wie sieht es denn jetzt aus? Treibstoff, Ressourcen, Konvoi. Okay. So, was ist? Willst du was oder willst du nix? Ja, gerne. Habe ich doch gerne getan. Hat mich gefreut. War gerade in der Nähe. Und naja, ne. Ja, servus. So, jetzt aber. Wir kommen absolut zurecht. Ja, das sagen sie immer. Und dann nehmen sie doch mit, was geht, ne? Gut, dann lassen wir uns nochmal hier in die Karten gucken. Was haben wir denn jetzt als nächstes? Wir sind ja eigentlich hier. Was müssen wir jetzt noch machen? Eva Garcia. Okay. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Die Fahndung. Ähm. Okay. Justizministerium. Ein Kopfgeld. Das nehmen wir noch mit. Kopfgeld hier, oder? Jep, das ist es. Das Kopfgeld aktivieren. Wird erfasst. Und dann bestätigen wir. Und dann geht es dorthin. Okay. Dann könnten wir eigentlich über das Safehouse. Dann gehen wir über das Safehouse und holen uns das Kopfgeld. So, wo müssen wir runter? Wo müssen wir lang? Hier müssen wir runter. Hier müssen wir runter. Äh, nein. Das Ziel ist in der Nähe, Sheriff. Danke. Äh. Hier, ne? Ja, hier. So. 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 Ja, ich bin jetzt gerade überlegen. Da müssen wir durch, oder? Und dann links rum. Ja, da hätten wir eigentlich auch so rausgehen können, bin ich der Meinung. Okay. Ach du Schande. Sind die da wieder am Arbeiten? Ah, da können wir gar nichts machen. Okay. Oh, die sind irgendwie alle extrem geschützt. So. Ah, da springt noch einer rum. Huch, huch. Huch. Irgendeiner. So, jetzt aber. Jetzt haben wir dich. So, jetzt müssen wir eigentlich gleich voll sein. So, ich glaube, da müssen wir rein, oder? Da werden wir Jungs finden. Cool wäre natürlich, wenn wir da hochkommen. Sehr schön, weil da können wir wirklich agieren. So, da rechts, da kommen sie noch raus. Da kommen noch mehr, sehr schön. Viel Feind, viel Ehre, gilt auch für diese Folge. Ja, da habe ich dich dann doch noch gekriegt, wo du dich hinter das stellen konntest. Die Säule, das war das Wort, das mir jetzt gerade gefehlt hat. Dann kommen da noch mehr. Oh ja. So, jetzt ist aber hier Frieden, ne? So, das nehmen wir mit. Da müssen wir dann jetzt wieder hier runter. Ein bisschen aufräumen. Und dann geht es da hinten rein, habe ich den Verdacht. So, das nehmen wir alles mit. Mit, mit, mit. So, da hat es noch Munition. Da hat es noch Munition. Auf geht's. So, irgendwo gibt es hier einen Schlüssel. Äh, ist es da oben? Ne, Augenblick mal. Hä? Da. 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 So, da habe ich doch den Kollegen im Liegen erwischt. Ach du Schande. So, auf Dauerfeuer hier. Alles in die Tür rein. Gut, gut, gut. So, jetzt, wo geht es jetzt weiter? Hier rein, oder? So, ich glaube, da geht es jetzt irgendwo runter, oder? Ja, oh, da hinten dran stehen noch die Kollegen. Aha, aha. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Stehen sie gleich in der Türe. Ist das eine gute Position hier? Ja, nein, eigentlich nicht. Da kommt gleich der nächste raus. Oh, oh. Wo schießt da einer? So, der Ler, was ist da? Hinten ist noch einer. So, dann gehen wir mal hier hinter die Mauer. So, sehr schön. So, wir sollen zum Navy Plaza gehen, aber das machen wir natürlich jetzt nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge, wenn wir The Division spielen, Broken Wings zum Navy Plaza. Ich glaube, das soll das hier sein, oder? Genau richtig. Also, in der nächsten Folge werdet ihr sehen, wie ich doch hoffentlich den Kontrollpunkt am Navy Plaza einnehme. Und bis dahin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, Ciao, Cheerio. Bis demnächst wieder hier bei mir auf dem Kanal. Dankeschön. Bis demnächst wieder bei mir auf dem Kanal.